Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil unserer Reise mit der AIDA Prima von Hamburg nach Mallorca. Wir liegen im Hafen von Chiron in Muiche de la Rosa. Das Wetter ist im Vergleich zu den anderen Häfen, die wir bisher hatten, relativ mild, aber richtig Sonne will auch noch nicht scheinen. Wir hatten uns ein Shuttle über AIDA gebucht, weil bis ins Zentrum sind es knapp fünf Kilometer. Begrüßt wurde das Schiff mit dem Volkstanz einer asturischen Folkloregruppe. Ein paar Schritte weiter standen dann schon die Shuttlebusse. Die Shuttle-Haltestelle war in der Nähe des Yachthafens, unmittelbar neben den Lassle-Dronners. Von Lassle-Dronners aus kann man schon den Arbol de la Sidra sehen. Übersetzt Apfel-Weinbau, besteht diese Skulptur aus vielen grünen Weinflaschen. Falls nun jemand in der Zahn tropft, die Flaschen sind alle leer. Gleich über die Straße befindet sich ein Brunnen mit der Statue von Don Balayo. Er war der Gründer des Königreichs Asturien. Auf der linken Seite befindet sich ein Palast aus dem 18. Jahrhundert. Er beherbert heute ein Kulturzentrum. Durch diesen Durchgang kommt man zum Plaza Mayor und schaut geradewegs auf das Gebäude des Stadtrats von Kiran. Lässt man das Stadtratsgebäude rechts liegen, läuft man direkt zum Stadtstrand. Hinter der Iglesia de San Pedro führt eine Treppe zu einem niedlichen kleinen Strand. Direkt unterhalb des Recatta-Clubs von Kiran. Bis zum nächsten Mal. Wir verlassen den Stadtstrand, gehen durch die Altstadt zum höchsten Punkt der Halbinsel Santa Catalina. Hier steht er nun, der Älter für die Horizonte. Wenn man in der Mitte steht, soll man verstärkt das Wind und Meeresrauschen hören. Haben wir leider nicht, aber einen schönen Panoramablick hat man. Wir beschließen, wieder Richtung Stadtstrand zu gehen und uns anschließend die City anzusehen. Wir finden. Wir finden eine leere Bank, machen ein paar Minuten Pause und sehen den Wellenreitern etwas zu. Wir finden. Unterwegs werfen wir auch einmal einen Blick in eines der vielen kleinen Geschäfte. Die Statue auf diesem Glockenbaum sieht man schon vom Stadtstrand und hat unsere Neugierde gewählt. Wir wollen hin! Es ist die Basilica des Heiligen Herzens Mesum. Sie wurde 1918 erbaut und diente während des Spanischen Bürgerkriegs als Gefängnis. Zur Basilica ist freier Zutritt und wie ihr seht, es ist ein Augenschmaus. Musik 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 Da wir noch keine Lust haben zurück zum Stück gehen wir an der Shuttle-Haltestelle vorbei. Musik Noch einmal durch die schicken Straßen von Tiron. Musik Musik Und entdecken schließlich noch eine weitere Kirche. Musik 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 Die Kirche von Saint-Rosé wurde zwischen 1947 und 1954 erbaut. Trotz seines historischen Aussehens wurden bei seinem Bau moderne Materialien verwendet. Stahlbeton und bleibeschichtete Keramik im Mittelgewölbe. Kunststein in den Verkleidungen. Im nächsten Video sind wir in der regenreichsten Stadt von Spanien in Agurona. Wir haben es natürlich volle Kanne ausgenutzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert bitte den Kanal. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch wieder freuen. Bis bald, eure Urlaubskatze.